Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Und ja, das neue Jahr hat ja begonnen, ich hab schon ein Video gebracht Und ja, ich hab mir jetzt mal ein bisschen in den Kopf gemacht, was ich dieses Jahr so alles bringen könnte Und nun ja, da kam sehr viel mit Lego raus, weil eigentlich geile Lego-Spiele da sind Und das erste Spiel, mit dem ich starten würde, wäre Lego Marvel Super Heroes Es ist, also das Game ist zwar schon lange raus Das kam am, na gut, es kam am 7.10.2021 für das Switch raus Aber trotzdem, weil das gerade auch reduziert ist im Nintendo eShop Bin ich auf die Idee gekommen halt Dazwischen, weil ich will nicht gleich die anderen zwei Themen noch hinterher bringen Wird erstmal klassisch Fortnite kommen So drei, vier Videos oder so Dann kommt der zweite Teil von Lego Marvel Super Heroes Also Teil 2 Dann kommt halt wieder erstmal Fortnite Aber bei dem Marvel Hero 2 hängt auch einmal davon ab Von dem Preis, weil das kostet jetzt noch 60 Euro Und bevor ich da irgendwas bringen tue, warte ich erstmal noch, bis das bisschen günstiger ist Also wenn es nicht günstiger wird, dann kaufe ich es mir schon Aber wenn es günstiger wird, wäre schon geil Ja, dann kommt ja immer wieder Fortnite Für eine kleine Winterpause, also wieder für eine kleine Pause Und dann kommt noch Lego Star Wars Skywalker Saga Aber es kann auch sein, dass das erst 2023 kommt Weil bei manchen steht auch schon drinnen Zum Beispiel jetzt nochmal Amazon genommen Dieser Artikel erscheint erst am 31. Dezember Und ja Das sind so meine Pläne Fürs neue Jahr Und ja Das war's mit dem Video Lass gerne ein Like Abo da Wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde mich sehr freuen Und Wir sehen uns das nächste Mal, Freunde Ciao